Ich wollte gerade auch mal ne Waffe rausholen. Ey! Das ist falsch bei euch! Müssen wir jetzt nicht rüber? Ja doch! Schaff ich? Warte, müssen wir oben auf das Ding drauf? Ne, müssen wir nicht. Nein, Cap ist falsch. Was? Trottel! Tschüss! Bitte, kauf und bezahlen. Ihr denkt nur an den Leaf-Aus-Surface. Nicht klauen. Schnell gehen und bezahlen. Gehen und bezahlen. Ja, Level Asian. Wir haben Asiaten. Natürlich lieben, aber die bauen halt einfach die geilsten und verdrehtesten Maps. Ihr werdet das gleich sehen. Und die Herdes. Das heißt, bei dieser Map kann man wirklich sagen, nur 20 Prozent Schatten die. Richtig, Marvin. Wow! Abgekürzt! Ah! Windschatten! Windschatten! Marvin kriegt ne Waffe, Alter. Er kriegt jetzt was ab. Man, verpisst euch doch! Hä? Wieso kann ich hinter dir? Hä? Wieso hatte ich denn die ganze Zeit Windschatten, Alter? Wenn der Windschatten mir gar keiner ist. Wir sind falsch gefahren! Hä, wo müssen wir denn hin? Rechts war ein Weg. Nein, hier ist auch. Hä, wo müssen wir denn? Rechts ist der Weg. Du musst respawnen und dann rechts. Wir sind beide links gefahren. Hä? Achso, ich dachte, beide Wege führen nach oben. Hä? Ja, dachte ich auch, aber hab ich doch gesagt, das funktioniert nicht. Aber der hier fällt auch nicht so blöd. Was ist das für eine Level-Age, wo du einen Weg kriegst? Ne Troll-Map! Das ist... Ah, Pissi! Loll! Danke, Nico! Ahaha, nein! Trottel! War das geil! Okay, ich lass die Waffen mal stecken. Bei einer Level-Age gehört sich das nicht? Hä? Woll... Bitte! Du hast überhaupt erwähnt! Wir hatten damals die Regelung, als wir wirklich harte Level-Age gespielt haben. Oh, oh! Lass das sein! Harry Potter! Harry Potter! Harry Potter! Mit der Rampe wird wahrscheinlich jetzt übel. War! Wollt grad auch mal ne Waffe rausholen. Ey! Das ist falsch bei euch! Hä, müssen wir jetzt nicht rüber? Ja, doch! Darf ich? Warte, müssen wir oben auf das Ding drauf? Ne, müssen wir nicht. Wir müssen gar nicht oben auf das Ding drauf! Nein, Cap ist falsch! Was? Trottel! Nein! Oh, ich dachte, ich bin über Premium gelandet. Trottel! Oh fuck! Fuck, 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 fuck! Ich habe es nicht geschafft. Hallol, ich hätte da runterspringen können. Ich hab ihn nicht hier voll amasen lassen. Wobei, ich weiß nicht wann da war, nee, da waren keine Ritz-Roll-Kampf. Ich war oben auf der Mauer drauf, ich hätte da easy peasy runterspringen können. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ne kleine Wanze Auf der Mauer, auf der Lauer hat er einen kleinen Lauf. Und ein klein Lauf. Schieh dir mal die Wanze an, wie die Wanze tanzen kann. Oh nein. Jetzt ärger ich mich aber grad'n kleines bisschen. Aber nicht schlecht, Kev, dass du da draufgeblieben wirst, also das muss man ja sagen, das hätte ich auch eigentlich... Respekt! Das hätte ich ehrlich gesagt auch erwartet von dieser Map, dass man da oben hin muss und nicht so einen albernen Sprung nach unten. Nein! Was ich will! Das kommt sicherlich noch. Nein, irgendwas Hartes muss noch kommen. So, endlich haben wir den überhaupt nicht schweren Sprung geschafft. Was? Wie konnte ich da explodieren? Ich fall wieder zurück, ich bin nach links abgesprungen und ich fall nach rechts oder was willst du mich ficken? Hör auf dagegen zu stoßen! Hör auf jetzt dagegen zu stoßen! Hör auf! Ich verstehe! Leute, dreckige Fickscheiße! Oh, Saved! Oh, so bin ich! Das Problem ist, beim ersten Try hat das eigentlich schon geschafft. Ja, das macht gleich das als bei Asian. Mal heckt man da, mal hier. Hä? Mal heckt man da, mal hier. Mal heckt man da, mal hier. Mal heckt man da, mal hier. Hä? Ich wusste, dass das kommt, aber ich reagiere darauf schon gar nicht mehr. Warte mal, geht's da lang? Hä? Was? Wo müssen wir hin hier? Wo müssen wir nur hin? Nein! Vor nicht explodiert! Wie auch immer du das gemacht hast. Alter, das weiß ich auch nicht. Ich war abhängig damit gerechnet, dass ich explodier, aber... Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Und jetzt hier hoch? Nein, ich will nicht wieder runter! Hä? Was ist denn mit der Warte, Alter? Ah! Ich weiß es nicht. Ich glaube, man muss auf die Straße. Ja, aber wie? Ja, ich war gerade drauf und bin da nur doof explodiert. Hm. Ja, aber man fällt da immer wieder runter. Ja, man muss irgendwie... Also, du kommst nicht nach vorne. Du kriegst da keine Vorwärtsbewegungen rein, oder? Ja, wenn du seitlich abfängst, kannst du doch zur Seite. Ja, ja, das ist aber... Ja. Muss man. Wenn du zur Seite abfängst, kannst du doch die andere Seite schaffen, oder? Ja! Ein wenig seitlich! Du bitte gehen! Oh nein, du musst aber nur rüber! Du musst nicht! Du musst nur auf die andere Seite! Aber ich bin explodiert! Lol! Ey, ich hab nach rechts gelenkt! Meine Karre fährt richtig krass nach links! Was ist falsch? Also, man muss nicht auf die Straße, ich wiederhole, ne? Nicht?! Ah! Nein, du musst einfach nur links rüber! Ah, shit! Fetter Hurensohn! Hab ich doch gerade gesagt! Ja, Sigi, wir haben doch zu! Oh, shit! Aber nicht so weit, wie ich das mache gerade! Oh! Oh, shit! Oh, shit! Was im Wasser! Oh, fuck! Egal, ich muss es so hinkriegen! Komm, hier jetzt! Oben die Straße wird auch reichen! Oben die Straße! Oben die Straße! Ja! Scheinbar muss man doch auf die Straße! Vielleicht kann ich von hier aus auch rumfahren, ne? Man muss doch auf die Straße! Echt?! Ich war gerade auf der anderen Seite da, wo eigentlich da auch wieder so eine Bucht ist, wo eine Lampe ist und so, aber die zeigt mir nicht den richtigen Weg! Mir nicht den richtigen Weg! Wo, wo sein? Wo sein? Hallo? Ich kurz aussteige! Kurz gucken! Ey, das kann doch nicht! Wie soll man denn? Okay! Ich komme nicht nach links, Alter! Es ist hart! Ein bisschen zu weit! Okay! Den Scheiß-Point haben wir! Das ist aber echt ein haariger Sprung gerade! Aber das ist der vielleicht nun sollte! Haarig! Wie Hagrid! Hey! Jetzt springe ich zu! Mach dir nichts draus, Deko! Ich bin bei dir! Da braucht ein paar Dreis! Oh! Ich bin mitzahlen! Oh! Nice! Ich hab's geschafft! Oh! Schade, Kev! Ich hätte ihn nochmal wegballern müssen! Das ist aber ein schöner Sprung, Alter! Das habe ich selber nicht gerechnet! Dass ich das jetzt packen! Ey! Was ist hier Phase? Da unten ist er! Wie man die ganze Zeit einfach so zwei Millimeter von der Wand vorbei runterfällt hier! Ja! Also das hat, finde ich, auch nicht einen Trick zu tun! Ein bisschen Lack! Also ich hatte auch gut viel Lack! Also man musste schon richtig anspringen! Aber das ist natürlich... Alter! Wo ist denn diese Map gebaut? Im Niedungsland? Häufig eine Mischung aus Lack und Skill! Wie sagt man? Skill ist es, wenn Lack zur Gewohnheit wird, ne? Also da drauf! Ah! Okay! Aber ich krieg dich! Blablabla! Ich bin nicht weit hinter dir! Wo musst du denn hin? Nicht weit! Und die Rätsel? Ah! Okay! Ich verstehe jetzt ihre Beweggründe! Ah! Fuck! Ja! Verkacken Sie weiter! Hallo, hallo! Endlich bin ich auch oben, Alter! Daddy ist bei dir! Verkacken Sie weiter! Ah! Ah! Trottel! Hahaha! Trottel! Eine sehr gemeine Mann! Dieser Webberbauer! Oh! Und Daddy ist weiter! Kev muss erstmal schauen, wie man das lösen kann! Das Problem hier! Ich bin auch schon easy peasy drauf! Ja dann komm mal hoch hier! Komm mal hoch! Ja klar! Kommen wir mal hoch! Na Kev? Hahaha! Haha! Nice! First try! Niemals! So! Ich bin ja auf der Strasse! Haha! Shit! Shit! Ich bin ja auf der Strasse! Meine Intuition hat die gleiche richtig gesehen! Oh! So! Da vorne sind die Deko für mich links fahren! Das ist bei der Spirale! Oui! Wenn sonst! Du wirst außerdem hier! Dann ist der Kev Boy! Ich bin da, muchacho! Was! Nach der Spirale am Punkt vorbei! Hahaha! Loil! Ne! Ne! Hahaha! Ich finde die Punkte sind auch... Nein, nein, nein! Oh! Die sind auch asozial gestern! Asian Trollmap war ich das! Ja! Kommt auch so vor! Oh! Viel zu wenig! Mehr Speed! Mehr Speed! Mehr Speed! Mehr Speed! Da war geil, Alter! Wir haben schon lange keine Asians mehr gemacht! Wir müssen mal wieder ins... Flop! Oh! Wieder nicht, oder? Komm, Bomb Baby! Komm, Bomb Baby! Let's more fire! Okay, wie weit ist Mabossa jetzt schon weg? Wieder vorne! Komm! Oh lol! Alter, viel mehr! Sag nicht so weit weg aus! Hahaha! Ja, den muss ich mal wie gesagt links halten! Also oben! Jop! Hab ich! Jetzt Baby! Wirst du sonst aussortiert? Jaaaah! Was kommt nun? Oh! Da ist noch! Jaaa! Punkt! Jaaa! Das geht noch nicht ganz! Aber fast! Okay, darf man von oben überhaupt springen oder muss ich da wieder respawnen? Oh Marvin! Guck dir den Top-Hip nur an! Ja, Top! Bist du drin? Nein! Haha! Ich bin aber... Ich bin nicht in dem Kreis respawn, sondern das war der erste Sprung! Okay! Also du brauchst ein bisschen Anschwung! Ein bisschen! Wirklich? Ja! Also ich bin direkt losgefahren und hab's nicht mehr! Versuchen Sie! Kauf und bezahlen! Ah, du hast recht! Kauf und bezahlen! Aber ich wollte probieren! Wow! Was war das für ein Speed? Hoppa! Uh! Cool! Okay, da unten ist der Punkt! Also wir haben derzeit 24 von 32! Also so lang scheint es gar nicht zu gehen, das Rennen hier! Oh nein! Okay, ein bisschen mehr hast du scheinbar noch! Also nicht nur ein wenig Speed, sondern ein großes wenig! Ein großes wenig! Oh, das war meine Gleittechnik! Zu verdanken! Oh, das war meine Gleittechnik! Zu verdanken! Ich bin nochmal! Ich bin auch zurückgefahren! Der Achtfang Speed von oben runter springen oder? Nee, du musst auf jeden Fall Anspruch runter! Wenn du Reefonds in den Kreis musst du ein bisschen zurückfahren! Aber bei mir reicht nicht nur ein bisschen irgendwie! Ich bin schon ein bisschen weiter zurückgefahren! Oh fuck! Okay! Das wird doch lustig hier! Ich schaffe es nicht drauf! Es langt einfach nicht! Er langt einfach nicht! Hey, ich bin auch noch viel zu entdeckt! Obwohl ich sogar... Fahrt mal nur die Rampe runter und dann fahrt voll Gas nach vorne! Dann schafft ihr es! Ja, das haben wir gar nicht passiert! So! Oh! Drop it! Oh Leute! Bist du weit oder was jetzt? Was?! Man muss da sogar reinfliegen! Please! Es ist die Punktlandung! Bam! Direkt in den Punkt! Nice! Und jetzt fliegen wir! Dieses Radio! Flieg! Flieg, Junge! Geht euch mal die Wanze an! Wie die Wanze tanzen kann! Nice! Ein richtiges Kopf-an-Kopf rennt! Hä? Ich komme hier gerade nicht weiter! Also ich werde dir noch ein paar Tries brauchen! Oh, oh! Wie komme ich hier rein? Ah! Gibt es eine Rampe, Marvin? Hauptsache ich schaffe die Sprünge nicht mal hier zu bleiben! Die Rampe ist versteckt! Ah, I see! Die Rampe... Versteckt! Ah, fuck! Oh, oh! Perfekt auf der Hausaufgabe! Ganz schön! Ey! Babossa fällt da oben runter! Das heißt... Ja, ich habe den Punkt! Ja! Nein! Oh! Gerade wo ich komme! Gerade wo ich komme! Ich schaff's nicht auf den Strand! Du musst... Du darfst bei der zweiten Rampe nicht so weit... Ähm... Oh! ...hinten landen, sondern musst... Also ich habe da auch drei Tries mitgebraucht! Echt? Ich habe das für das zweite Mal bei der... Echt? Ja! Ich gehe jetzt schon bei dem fünften Tries! Also relativ langsam bei der ersten Rampe, damit die zweite... läuft... Oh! Was? Am Anfang müssen! Was? Okay! Also doch, kommt noch was auf uns zu hier! Ja! Da kommt noch was! Ich frage mich halt, wie Speed sich mitnehmen muss hier, das... Alter, wie soll das denn gehen? Äh... Boah, wie weit fliege ich denn? Oh! 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 Ja! Ich gehe auf der... Ich bin auf der Typ gelandet, Magi! Ja, Dito! Am Anfang war auch mein... Aber direkt eigentlich im Punkt! Ich dachte, ich fick den so auch von raus halt! Ja, ich habe den so auch nicht bekommen! Man muss ja wirklich reinfliegen! Mh, ich habe den... Ne... Ich bin... Ich war nicht wirklich drin, ne! Ho! Habe ich den für das Schrei bekommen? Was? Was? Alter! Nicht im... Cheat doch nicht im Baum! Das gibt's doch nicht! Oh, jetzt häng ich aber auch ein bisschen! Ja, da habe ich sehr lange gecheatet, wo du jetzt bist! Wie soll ich denn hochkommen? Kannst du die Sandhügel nehmen, um reinzuspringen? Genau! Eine Natur... Brunnschanze! So! Sieht euch mal die Wanze an! Ja, ich habe ihn! Ich habe ihn! Ach so, schnell! Crazy! Nice! Leil! Ach so! Da ist ja dieser Zwirbelmeister! Der hat mich gerade weggedrückt! Ja! Leil! Ich brauche den Zwirbelmeister, der drückt! Oh! Es kommen noch... Wie viele Punkte? Zwei Punkte kommen noch hin! Das ist das Ziel! Oh! Oh! Oh leil! Da muss ich bremsen! Oh! Das ist bitter jetzt! Jetzt komm, Alter! Nein! Du kommst nicht mehr ran! Doch! Ich will aber so gerne! Nein! Ich auch! Nein! Oh! Ich war kacke gerade so bitter! Aber ich spawne auch so ungünstig! Ja! Ich werde immer... Ich spawne und werde rausgedrückt von dem Dreher! Oh! Fuck! Und das die ganze Zeit! Oh! Jetzt mal nicht! Na! Come on! Oh nein! Was ist das denn? Was ist das denn? Wo kriege ich den Speed her? Okay! Das müssen wir anders machen! Müssen wir anders machen! Und! So! Was? Wow! Ich hab den Punkt! Yes! Wuuu! 14,30! Gigantische Zeit! Alter! Du! Alter Sensei Meister! Das gefällt mir aber! Mega gut! Also ist noch alles drin! Selbst Deko! Du kannst auch noch! Das könnte schon zu schnell sein! Versuch noch S zu drücken! Also ich habe Full Speed bei der Spirale gegeben! Ich hab auch im ersten Try Full Speed gegeben und war viel langsamer als jetzt! Ja! Irgendwie schon! Das Ding ist, man darf nicht nach oben abspringen! Man muss gerade abspringen! Ich hab die Container mitgenommen! Ja klar! Man muss eben! Ja Deko! Das könnte gut sein! Oh! Das ist super nice! Leben! Leben! Leben und nicht sterben! Okay! Was jetzt hier? Ah! Süle Container! Das müssen sie langsamer machen! Oh! Oh! Gut! Uiuiuiuiui! Maren ist ja richtig durchgerusht! Ich glaube Deko hat es auch richtig schnell bekommen! Da war ich der einzige, der so lange gebraucht hat! Ja! Man hängt mal hier, man hängt mal da! Und! Und! Oh! Wuhuuu! Hast du den? Ja! Okay! Weiter geht's! Es ist noch ein super... Komm mal ein Kopfbremmer! Ich bin jetzt schon bei der Spirale und so durchhängenden Baum! Ja! Ich weiß nicht, was jetzt noch kommt! Das geht doch auch gleich! Okay! Deko hat das hier wahrscheinlich... Was? Ich muss da hoch? Ja! Ich dachte, wie weit ich nach außen fahren muss! Noll! Weil ich hier einen Baum... Weil ich hier einen Baum gehangen habe! Nein! Juuuuuuu! Ist er drin? Bähm! Na ist er drin! Ja! Ich bin drin! Er schiebt er drin! Der schiebt er drin! Deko macht die Spirale des Poses! Geht doch mal noch ein Ziegenritual, ganz schnell. Irgendwas? Zeig uns die Ziegen in dir. So. Ja, Wachter, sich fertig. Den Ziegenmann, Muchachos, wenn es euch gefallen hat, dann zeigen sie es im Saum nach oben. Checkt natürlich auch Caps seine Sicht ab. Zockt diese Map in der Beschreibung, ist sie verlinkt. Bis zum nächsten Mal, rein gehauen. Na, 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 na.